Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 7. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1096. Heute mit den folgenden Themen. Apple A15, Neon Aqua Clean Karma, Twitch und Nokia T20. Ich beginne gleich mit dem Apple A15-Chip. Der wurde jetzt schon mehrfach von unabhängigen Stellen und Menschen und Plattformen getestet, die sich auf solche Dinge spezialisiert haben, auf den Tests von aktuellen Chips etc. Und sie mussten leider feststellen, dass Apple nicht korrekt gelegen ist mit den 50% schneller zu vergleichbaren Modellen. Nein, es sind insgesamt 62%, wo der Prozessor schneller ist. Möglich machen das unter anderem verschiedene Geschichten. Zum einen durch die Verdoppelung des System-Caches auf 32 Megabit, was unter anderem vor allem für die Energieeffizienz des Chips eine sehr hohe Auswirkung hat. Dann auch bei der Verdoppelung des Level 2 Caches von 8 auf 12%. Ja, nicht ganz Verdoppelung, aber um 50% erhöht zumindest. Und das ist im Vergleich zu Konkurrenz, zu Mitbewerbern, teilweise doppelt so hoch. Und eben, das macht natürlich einiges aus. Und dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten mit dazu, inklusive auch die GPU, welche gelobt wird, die wirklich einen sehr, sehr guten Job macht in dem genannten A15-Chip von Apple drin. Ja, ich sage es immer wieder und ich habe immer noch das gleiche Strahlen, wenn ich mein iPhone 13 in die Finger nehme. Das Teil rockt einfach, das rennt wie, 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 wie was anderes. Einfach ganz schnell. Neon, das Schweizer Fintech, möchte bald schon auf 100.000 Kunden zugehen. Aktuell ist man bei 80.000 und um das Ganze zu forcieren, habe ich euch hier einen kleinen Freundschaftscode. Darüber gibt es, und am besten in den Shownotes auf den Link klicken, dann kommt ihr zu meinem Beitrag dazu. Ja, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Affiliate-Werbung. 20 Franken gibt es, gut geschrieben, zum Start, plus die Kreditkarte, welche ihr kostenlos oben drauf bekommt und somit dann gleich starten könnt. Und die Chance, einen Gutschein zu gewinnen, einen Gutschein, einen Preis zu gewinnen, im Wert von bis zu 100.000 Währungseinheiten, wenn ihr selber auch weitere Neukunden bringt. Ha, böses Werben hier in diesem Podcast-Format. Weiter geht es mit dem Aqua Clean Kama. Das ist ein Gadget, und ihr wisst ja, sobald es ihnen so ein Gadget gibt, das man mit einer App steuern kann, dann dreht der Pokipsi durch und dann muss er sich sowas anschauen. Was ist der Aqua Clean Kama? Es kommt von Geberit, wem das nicht sagt, das ist ein Schweizer Hersteller, der weltweit agiert und Badezimmer, Möbel, Interieur etc. bastelt. Also von der Badewanne über Bade, wie heissen die Dinger, Lavabos bis zu WCs und zwar total aufgemotzten WCs mit Dusch-WC etc. Und ein Genausacher ist das für einen Einsteigerkunden, für denjenigen, der in einer Mietwohnung sitzt und gerne so eine WC-Dusche hat, also einen Dusch-WC hat, 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 hätte, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, Deutsch wieder mal, einen Kasten, den ihr euch neben das WC stellt, unten durchlauft und dann könnt ihr euch Dusch-WCern. Ich finde das witzig und wie gesagt, dann eben über das Smartphone steuern kann. Da warte ich nur auf die Sprachassistent-Unterstützung und dann wird es lustig, wenn Mama auf dem Klo ist. Genau, weiter geht es mit Twitch. Da gab es eine heftige Geschichte, nämlich ein massiver Leak. Der komplette Quellcode von der Software selber, von den einzelnen Apps auf den ganzen Plattformen, all das ist öffentlich gegangen. Die ganzen Listen von Nutzern, E-Mail-Adressen etc. ist alles da mit drin. 125 GB an Daten und auch ganz hässlich für den einen oder anderen Event-Tunnel, nämlich die Einnahmen, insgesamt zurückgehend bis ins Jahr 2019, wer wem was ausgezahlt wurde. Uh, das ist hässlich. Wer also bei Twitch einen Account hat, Passwort ändern ist vielleicht nicht ganz verkehrt, würde ich sagen. Dann hat Nokia ein iPad Mini vorge... Äh, nee, nicht Nokia, sondern HDM Global hat ein iPad oder eben nicht iPad. Nee, HDM Global, welche hinter Nokia stehen, sprich den Namen gekauft haben und jetzt Nokia Smartphones und Tablets machen. Die haben ein eigenes Tablet rausgebracht. Das hört auf den Namen Nokia T20, ist ein klein, einfach und schlicht und, äh, ja, mit, äh, ansprechender Hardware ausgestattet. Kommt zu einem günstigen Preis und ich bin gespannt, wie sich das dann in den Tests schlagen wird. Das war's zum heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen und schönen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.